40 Jahre Teubner Industrieelektronik in Neustadt. Familie Teubner begrüßte die über 200 geladenen Gäste herzlich in dem neu errichteten eigenen Veranstaltungszentrum. Siegfried Teubner verriet, alle Gäste sind mir lieb und herzlich willkommen. Allerdings freuen wir uns ganz besonders, dass fast alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter dabei sein können. Gut ausgewählte musikalische Unterhaltung brachte die richtige Atmosphäre. Alle interessierten Gäste hatten die Möglichkeit, die neuen Flugsimulatoren, eine Boeing 737 und einen Airbus 320 sowie einen kompletten Flughafentower hautnah zu betrachten. Die Gäste zeigten sich alle sehr beeindruckt. Einer der Höhepunkte der Veranstaltung war sicherlich die beeindruckende und bewegende Jubiläumsrede des Unternehmensgründers Siegfried Teubner. Siegfried Teubner dankte allen, die diesen Tag gestaltet und vor allem sein Lebenswerk begleitet und unterstützt haben. Auch der Bürgermeister von Neustadt, Uwe Sternbeck, fand viele lobende Worte für die Familie Teubner und das Firmenunternehmen. Ich wünsche der Firma Teubner zu diesem Jubiläum im Namen der Stadt alles Gute, viel Glück und natürlich weitere erfolgreiche Arbeit in den nächsten Jahrzehnten. Ihnen heute einen schönen Abend. Danke. Ein nettes Beisammensein und interessante Gespräche rundeten für die Gäste und die Familie Teubner den Tag ab. Untertitelung des ZDF für funk, 2017